Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Sebastian Thalema und du hörst eine weitere Episode von dem Trailblazer Podcast. Heutiges Thema, da muss Luft ran. Entspann dich, lehne dich zurück und hör rein. Einer meiner Lieblingsfilme ist Cast Away mit Chuck Nolan, gespielt von Tom Hanks. Film, der schon über 20 Jahre alt ist und ich vermute sogar länger. Einfach einer meiner Favoriten, Oldtime Favorites, ich habe den schon so lange gehört. Der kommt mit so wenig Dialog aus und eigentlich so wenig unterschiedlicher Musik und die trifft es richtig auf den Punkt. Da gibt es so viele ikonische Szenen, die einfach genial sind, aus vielen, vielen Gründen. Und eine, die mir da ganz besonders in Erinnerung bleibt, ist die, wo er gerade relativ frisch gestrandet ist. Er hat sich ein bisschen orientiert, er hat sein Lager errichtet mit dem, was er gefunden hat, hat ein paar Dinge ausgepackt. Und jetzt beginnt er ein Feuer zu machen. Er versucht es zumindest und er macht das, was man halt mit Laienwissen machen würde. Man schnappt sich einmal ein paar Stücke und versucht einmal irgendwie, die aneinander zu halten, zu reiben, zu drehen, was auch immer. In der Hoffnung, genug Wärme zu erzeugen, genug Reibung, damit Hitze entsteht und dann das Ding endlich Feuer fängt. Und das macht er, das macht er und er macht mit einem Eifer und mit einem Elan. Warum? Ganz einfach, weil er weiß, wenn er es nicht schafft, ein Feuer zu entfacken, dann wird er kurz oder auf kurz oder lang einfach sterben und qualvoll verenden. Weil ihn vielleicht in der Nacht irgendwelche Raubtiere fressen, weiß er nicht, ob es da was gibt oder nicht. Vielleicht wird die Kälte ein Problem, vielleicht wird irgendwas ein Problem. Er weiß, Feuer ist eigentlich seine Garantie zu überleben und die Erlaubnis, ihn den Kampf weiter aufrecht zu halten und zu führen. Wie wir auch später ohne zu spoilern erfahren, ist es nicht ganz unwesentlich. Er weiß also, es steht einiges am Spiel. Es geht um alles in Wahrheit, weil erst durch den Zugang zu Feuer kann er eben neue Areale erfließen. Er kann Essen zubereiten und genug genießbar machen und er hat Licht und letztendlich spendet es ihm auch ja dann die nötige Moral, die Zuversicht. Feuer hat da einfach etwas ganz, ganz Eigenes. So, er werkt, er macht, er tut, er klopft verschiedene Steine zueinander, nichts passiert. Er nimmt Stöcke, er reibt, er dreht, nichts passiert. Irgendwann ist er schon so abgeschockt, er hat Schwingen an den Händen, alles ist arg, es tut ihm weh, aber er weiß, er muss weitermachen. Und er probiert es über Stunden, über Stunden, Tage lang, nichts passiert. Irgendwann ist er schon so heiß, er ist so angefressen und irgendwann macht er einfach aus der Aggression und rutscht ab. Und schneit sich so richtig auf, blutet und Schmerz geht durch den Organismus, Schmerz geht rein durch den Organismus. Und er blirrt und es fuckt ihn so richtig an und er denkt sich so eine Scheiße, fuck, warum geht das nicht? Er macht, er tut, er macht alles, aber es funktioniert nicht. Und in seiner Wut, in seinem Krollen schnappt er dann diesen Volleyball und das ist ja dann auch die Geburtsstunde von Wilson übrigens. Ja, so einen habe ich auch und warum ich so einen habe, das ist Thema eines anderen Podcasts, einer anderen Episode. Aber das war die Geburtsstunde, wo er eigentlich, der Wilson, ein Gesicht bekannt. Dann zettelt er sich wieder, er sammelt sich und dann geht er wieder zurück ans Werk, weil was bleibt ihm denn anderes übrig? Es ändert nichts an der Tatsache, dass er es schaffen muss, ein Feuer zu entfachen, ansonsten ist er des Todes. So, geht zurück zu seinen Stöcken und dann beginnt er von Neuem. Dann verwendet er eine andere Technik und reibt einfach diesen einen Stuck auf den anderen Holzstück. Und tatsächlich auf einmal merkt er aber zu seiner Überraschung, hey Moment, Moment, auf einmal steigt er Rauch auf, es knistert, da tut sich was. Da tut sich was, irgendwie passiert da was. Warum? So, und dann ist er dabei, er ist begeistert, okay, er bleibt dran, er bleibt dran. Und dann checkt er es, ah, okay, durch seinen Wutausbruch, wo er das Ding genommen hat und irgendwo gegen einen Baum geschmissen hat, ist es gebrochen, das Holzscheit und auf einmal hast du hier einen Spalt und er erkennt, Moment, ich brauche nicht nur die Reibung, ich brauche nicht nur die Häufigkeit, es muss Luft ran, da muss Luft ran. Und das ist so diese entscheidende Erkenntnis in diesem Moment, die es ihm erlaubt, dass er sich darauf besinnt, okay, diese und jene Dinge brauche ich. Und dann ist er dabei und eigentlich mit relativ wenig Kraftanwendung, einfach nur in der richtigen Anordnung die Teile gebracht, mit der richtigen Technik, ja. Und dann ist es ihm auf einmal möglich, hier endlich mit dieselben Stöcke, mit dieselben Utensilien Feuer zu entfachen. Und dann eben die ikonische Szene später, es gelingt ihm, es fängt Flammen und dann legt er nach und legt er nach und irgendwann hat er dann am Schluss am Strand dieses riesige, bombastische Lagerfeuer und Triumphal. Triumphal, ich habe Feuer gemacht, seht mich an, ja. So geil, taugt mir, taugt mir. Da steckt sehr viel drinnen, was mein Leben betrifft, aber auch deines und des meiner Kunden, wo ich immer wieder diesen Prozess sehe und auch bei mir es nicht anders war und ist und immer so sein wird. Nämlich, dass wir gefordert sind, dass ich diesen Prozess, dass man sich dem hingibt und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, aus eigener, schmerzvoller, intensivster Erfahrung, die letzten zehn Jahre seit meiner Rückkehr von der Reise um die Welt der Einjährigen, wo ich den Beschluss gefasst habe, selbstständig mich zu machen, unternehmerisch zu agieren in dieser großen, weiten Welt, aber ich planlos war, komplett und auch schon davor in Wahrheit, ja, weil ich war zwar Techniker in meiner schulischen Ausbildung, aber ich wusste, dass das nicht mein Weg ist, aber ich wusste nicht, was mein Weg ist. Und diese Suche, diese mühlsame, qualvolle, leidvolle Suche, die hat jetzt Jahre, eigentlich Jahrzehnte gedauert, immer wieder in diesem Prozess, Stöcke, Hölzer verschiedenster Farben und Formen zusammenzusuchen, aneinander zu klopfen, zu reiben, zu testen, dies, mit Steinen hin und her, irgendwie anders hinzulegen, zu schauen, ob es dann geht, aber immer wieder die Erfahrung gemacht, Ah, ja, das ist es nicht. Es ist zwar, ja, es fängt ein bisschen Feuer, ja, aber dann erlischt es oder es braucht unfassbar viel Kraftanstrengung, es am Brennen zu erhalten, wo man dann auch wieder merkt, das ist es nicht, weil dann brennst du nicht irgendwann selber aus oder einfach, du merkst, das geht nicht, du kannst nur so viel machen, es wird nichts passieren, so wie beim Chuck Nolan. Ja, und mehr als einmal, mehr als einmal habe ich dieses Drecksholz genommen, metaphorisch gegen den Wand, gegen die Wand geschmissen und mir einfach nur gedacht, so eine verdammte Scheiße, warum, wieso, ist das so mühsam, ich könnte es so viel einfacher haben, ich könnte irgendwo mich anstellen lassen, mehr als einmal habe ich Bewerbungen geschickt an Firmen in meiner Verzweiflung, in meiner Not, in meiner Aggression, weil ich mir einfach dachte, das ist scheiße. Und gleichzeitig habe ich gewusst, wenn ich aber diesen Weg gehe und eigentlich aufgebe, Feuer zu machen, dann verende ich qualvoll und zwar, indem ich irgendwann einfach komplett leer bin und weiß eigentlich, dass ich mich selbst verrohe. Und es ist jetzt drei Wochen aus, das nächste Mal, wo es mir auch genungen ist, endlich mal die richtigen Hölzer, die richtigen Stöcke, die richtigen Holzscheite und alles in seiner richtigen Ordnung zusammenzubringen und jetzt mit wirklich, wirklich gefühlt wenig Aufwand es schaffe, dieses Feuer nicht nur zu entzünden bei mir, sondern eben auch es an Tränen zu halten und weiterzugeben. Es ist ziemlich beeindruckend für mich, was in den letzten drei Wochen alleine passiert ist, von dieser Geschwindigkeit, von dieser Bewegung, von dieser Entwicklung und letzten Endes auch vom Umsatz. April 2024 ist das mit Abstand beste Monat vom Umsatz her in der ganzen Geschichte von Fast & Dinstellung. Wahnsinn, Wahnsinn, eine Steigerung, 35 Prozent vom Monatsumsatz, der jetzt auch noch weiter anhört. Und das auch einfach, dass in den letzten Wochen sowohl durch diese Klarheit auch eine Überzeugung kommt. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Jetzt passiert nämlich genau das, was ich sehr oft bei meinen Kunden beobachten konnte und durfte, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, diesen Brennpunkt gefunden haben und Luft herangekommen ist. Auf einmal fängt das Ding an, eine Eigendynamik zu bekommen. Es fängt an, sich die Nährstufe und das, was es braucht, um mehr und mehr zu brennen, von außen zu holen. Und das ist genau dieser Sog, der entsteht, der Feuersturm, das ist ja nichts anderes, der dann entsteht, wenn ein Feuer so stark ist, dass es sich regelrecht alles holt und genau das gespürt. Und genau das gespür ich auch. Ich halte Vorträge, ich habe Workshops, ich habe Aufträge. Vieles, vieles ist in der Pipeline, ist am Entstehen. Aber vor allem, es ist scheinbar mühelos. Es ist scheinbar mühelos. Das heißt nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, genau darum geht es in der heutigen Episode, das heißt aber nicht, dass es anders gegangen wäre. Genau das ist der entscheidende Punkt, um den es geht. Du musst durch den Schweiß und die Tränen und das Leid und den Schmerz und all das gehen, um dorthin zu kommen. Wieder Chuck Nolan. Das ist genau dieser Prozess, der notwendig ist. Ja, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und zwar solange es, wie es notwendig ist. Und das Einzige, was du in Wahrheit tun kannst, um diesen Prozess zu beschleunigen, ist, schneller zu lernen, das heißt, schneller Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Ja, hätte der Chuck Nolan eine 14-monatige Survival-Ausbildung genossen, in der du genau lernst, was es braucht, um Feuer zu machen, ein Lager aufzubauen und dies, das und jenes, großartig, dann wäre das alles eine Kmade Wiesel gewesen. Hat er aber nicht und haben wir auch nicht. Wir kommen nicht top vorbereitet dorthin, wo wir sein müssen und sein wollen. Nein, sondern wir erarbeiten uns den Weg im Angesichts des Schweißens unseres Blutes und unserer Tränen. Die Bereitschaft dafür, die kannst du nur selber bringen. Ja, was in Zeit und Energie investiert habe, um dorthin zu kommen, ist unbeschreiblich. Wir reden da nicht nur davon, dass ich über 100.000 Euro investiert habe in den letzten 10 Jahren in Ausbildungen, Fortbildungen, Workshops, Bücher, Kurse, Trainings, Coatings, Consultings, Lizenzen, schieß mich tot. Wir reden vor allem von Stunden, aber tausende Stunden der Auseinandersetzung, der zermürbelnden Gedanken des Ausprobierens, des Strategisieren, das Wort Strategisieren, du weißt, was ich meine, das sich eine Watschen nach der anderen abholen, Konzepte schnüren, Produkte kreieren, Botschaften testen, live gehen, online draußen sein und in Wahrheit einfach nichts zu kriegen und du merkst einfach, und vor allem, das ist das Coole oder das Spannende, nur sieht man es in dem Moment nicht so, du arbeitest immer mit den gleichen Utensilien, nämlich dir selber, die Utensilien, die Hölzer, und das ist das Spannende, da muss Luft ran, das war die Erkenntnis von Chuck Nolan. Und was es bedeutet, ist nichts weniger als das, wenn du merkst, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, und du spürst, dass eigentlich dort irgendwo müsste es doch sein, dann versuche nicht, wenn du das in der Vergangenheit schon gemacht hast, ständig zu variieren in dem, was du tust, und neue Hölzer auszuprobieren oder neue Steine oder dieses oder jenes, so wie ich, weil das wird nicht bringen, außer dass es dir Zeit und Ressourcen und Nerven und Energie kostet und meistens noch mehr Schmerzen bringt, sondern versuche, das Setting zu ändern, versuche, die Vornehmung zu ändern, versuche, die Umgebung zu ändern, wo du sagst, vielleicht muss ich es strukturell ein bisschen anders betrachten, sprich, das Hölzer brechen, vielleicht muss ich Setting anpassen, sprich, dafür sorgen, dass Luft dran kann, und vielleicht muss ich die Herangehensweise ändern, eben wie der Chuck Nolan, nicht da quasi hin und her zu reiben, dass er sich kreisförmig dreht, sondern nach vorn, nach hinten die Reibung haben, die letzten Endes mit weniger Kraftaufwand zu mehr Hitze führen. Wie man weiß, wenn man sich ein bisschen begeistert für das Thema Survival, ist das deutlich effektiver als so diesen Klassiker, wo man darauf zieht, Indianerfülle, da hast du einen Bogen und dann rastest du innen und her oder reibst du das zwischen deinen Händen, da brauchst du Handschürf, dass die Haut da heil bleibt. Und wenn du nicht gerade in einem Salpettosuchepart mit den Händen einmal baden wirst und nur mehr Hornhaut hast, dann tut das ziemlich scheiße weh. Und um diese Dinge geht es auch. Aber sehr häufig versuchen wir oder vermuten wir, die Ursache für unser Scheitern in dem, dass wir die falschen Sachen, die falschen Werkzeuge haben, das ist nicht immer so. Kann auch sein. Aber in meinem Fall war es so, ich habe so oft gewechselt, so oft Kurs korrigiert, so oft geglaubt, ich muss was anderes machen, weil ich nicht zufrieden war mit dem, wie es ist. Und jetzt erst habe ich erkannt, worum es wirklich geht im Kern. Und der Kern bei mir, natürlich ist es das Spannende, wenn man sich herdenkt, ist das Thema Story Leadership. Ein ganzheitlicher Führungsansatz einer Lebensphilosophie, der den Einsatz von Geschichten favorisiert, aber das ganze Storytelling nicht einfach nur als Technik abtut. Das würde dem nicht gerecht werden. Sondern Story Leadership ist nichts weniger als die Welt wahrzunehmen aus dem Blickwinkel einer sich schreibenden Geschichte, wo man zurückblicken kann in die Vergangenheit und schauen kann, okay, wo komme ich her und wohin gehe ich und wo stehe ich jetzt? Und dann lernt und in der Lage ist, so zu kommunizieren, dass es klar wird, worum es geht, dass eine Emotion drin ist, aber dass man auch in der Lage ist, andere Menschen mitzunehmen. Und mitzunehmen auf dieser Reise, um gemeinsam Geschichte zu schreiben. Das ist Story Leadership. Und es hat gedauert. Es hat gedauert. Und ich hätte und habe oft geglaubt, dass ich eigentlich nicht dahin komme und nie dahin kommen werde. Wie der Chuck Nolan, der kurz davor war aufzugeben, habe ich dieses ganzen, den ganzen Mist mehr als einmal gegen irgendeinen Baum geschmissen. um dadurch zu erkennen, was es in meinem Fall bedeutet, was es heißt, da muss Luft rein. Und es ist mir gelungen, auch mit Unterstützung von außen, diese Erkenntnis zu bekommen. Und dann, als es da war, gelingt es auf einmal, dass ich überall Feuer entfache mit den Dingen, die ich in Wahrheit schon mein Leben lang mit mir trage. Aber jetzt das richtige Verständnis, die richtige Sichtweise, die richtige Technik und alles andere auch, was es braucht, in diesem perfekten Zusammenspielen, damit das das gewünschte Ergebnis hervorbringt. Und das Schöne ist, du hast es auch. Vielleicht hast du, so wie ich, die letzten Monaten oder Jahre damit verbracht, immer ein anderes Werkzeug in die Hand zu nehmen oder andere Stücke auszuprobieren, Materialien. Oder vielleicht weißt du ganz genau, was es ist, aber du schaffst es vielleicht auch nicht, weil es an irgendetwas anders scheitert in den Rahmenbedingungen, dass das ganze Feuer fängt, dass der Funk überspringt, was auch immer es ist. Aber eines weiß ich und das kann ich sagen aus einer Überzeugung, weil ich die Beweise sehe durch die Ergebnisse meiner Kunden, die sich mehr und mehr entwickeln und potenzieren, möchte ich schon fast sagen. Nicht bei jedem, aber bei manchen. Und das ist schon mehr als genug, wo ich einfach sehe, wir haben vor vier, fünf, sechs Jahren teilweise haben wir was entfacht. Und das hat dann sich weiter ausgebreitet und mittlerweile schlägt es um sich im Positiven und begeistert die oder entfacht die Begeisterung in anderen durch das, was sie tun und nur sie tun können. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, worum es geht. Und das ist das, was jeder in uns hat, in sich hat. Ob man sich die Mühe macht und die Zeit, die Energie nimmt und auch bereit ist, den Schmerz des Leid zu ertragen, das notwendig ist, um dorthin zu kommen, um sich zu festigen, zu entwickeln, das Standing zu haben, den Mut und die Zuversicht, dass das, was man tut, Sinn hat, das ist eine andere Frage. Das kann einem aber niemand abnehmen. Ob es das wert ist, kann ich absolut unterschreiben. Dass ein Preis dafür zu bezahlen ist, auch. Aber wenn, wenn nicht das, was da, was der fucking point in dem ganzen Spiel. und den Gedanken, den gibt er heute mit. Betrachte das, was du tust, mal aus einem anderen Blickwinkel. Verändere nicht die Sache selbst, sondern die Wahrnehmung dorthin. Und dann kann es sein, dass du eine weitere Erfahrung, eine Erkenntnis, vielleicht sogar diesen Durchbruch hast, zu dem du schon so lange hinarbeitest und das Ding kann endlich Feuer fangen und so richtig abgehen. Und bis es soweit ist, lade ich dich ein, lass mir einen Kommentar hier, schreib mir, was es ist, was du vermutest oder wo du einfach noch anstehst und eben wieder Chuck Nolan bearbeitest und wirkst und tust, aber nicht weiterkommst. Lass mich das wissen. Und in der Beschreibung dieser Episode wirst du einen Link finden, einen Link zu einem Assessment. Ein Assessment mit zehn kurzen Fragen, wo du dich selbst einschätzen kannst, wie weit du auf dieser Reise bist, wie sehr es dir gelingt, das Feuer der Begeisterung in anderen zu entfachen, bei deinen Teams, Mitarbeitern, aber auch im Verkauf bei deinen Konten. Eine kurze Selbstentschätzung, die dir wieder neue Perspektiven gibt, wo du dann weiterhören kannst. Link dazu rund um diese Episode, egal in welcher Form du wirst es finden und ansonsten noch faster means digital.com. It is there. Let's go. Und wir hören uns beim nächsten Mal.